Schalala, schalali, schalaloo, schalö. Talali, talaloo, talalau. Oh, 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 oh. Guck, das hole ich zwar nicht, aber egal. Geschafft, yay. Brauche ich Stein, brauche ich jetzt eben. So viel Kies brauche ich eigentlich nicht. Wir machen das jetzt mal vielleicht hier hin. So. 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 So ein bisschen umstellen, vielleicht funktioniert es ja einfach schon. Wir probieren es einfach mal aus. So. 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 Wir sollten vielleicht die Tür auch wieder hinbauen. So. 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 Wir hätten ja auch schätzt, dass das Tor auch hier draußen hin machen können, zu aller Kommt ruhig raus, ihr Viecher, mir doch ruhig. Vielleicht machen wir das auch, einfach nur, so als gründer Abschluss. Das Haus ist nie fertig geworden, aber dafür sind die ganzen Viecher dann hier. Feuerzeug, da. Und ich tue, ach, das liegt. Ups, hopp, hopp. Hopp. Ja, hopp. Jetzt zündeln wir wieder. Klack, so schnell kann es gehen. Dann wollen wir mal gucken, wo wir jetzt landen. Ich hoffe, woanders soll ich mit der Lava. Ich hoffe, hier. Okay. Dann müssen wir was anderes dran machen. Jetzt machen wir was anderes. Wir bezichten auf jegliche Sicherheit und setzen den draußen einfach irgendwo oben hin. Und ich glaube, ich weiß auch schon, wo ich den hinsetze. Oh. Oh. Ich habe mich entschieden, zwischen 100 und 104 Folgen nur noch zu machen, dann ist erstmal die Lies-Staffel erstmal beendet. Ähm, ich will dann gucken, dass ich dann vielleicht, äh, noch ein Programm finde oder sowas. Dass das Radrum mal beendet. Aber ganz und ganz versprechen kann ich es einfach nicht. Ich will jetzt auch, wie ich schon öfters mal erwähnt habe, nicht über zwei verschiedene Programme aufnehmen. Also über, äh, zum Beispiel Outer City und dann hier noch aufnehmen. Das möchte ich eigentlich gar nicht. Ich werde dann, wie gesagt, gucken, dass ich dann einfach nur was zum Bearbeiten finde. Dass das letzte bisschen Brummen rausgeht. Und, ja. Und dann ist es vielleicht die zweite Staffel dann nicht mehr so schlimm. Das werden wir dann sehen. Das werden wir erleben. Aber es wird dann erstmal einen weichen dauern. Ich habe dann erstmal ein anderes Spiel vor, was ich dann, ähm, hier auf dem Kanal spielen möchte. Und, ja. Mal schauen. Vielleicht kommt es ja auch gut an. Haben wir? Ne, nur 13. 14 müssen es sein. Zack. Tür kaputt machen. Knöpfchen kaputt machen. Brauchen wir alles nicht mehr. Brauchen wir auch nicht. Zack. Und. Up the way nach oben. Nach ganz weit oben. Und es ist dunkel. Yay. Toll. Aber das ist mir egal, weil ich finde... Oh, bestimmte Sinn. Hier oben. Genau. Äh, nicht genau hier drauf, aber genau hier oben bauen wir das Portal hin. Wir machen uns jetzt nur ein bisschen Platz. Herde, da. Da unten ist eine Spinne. Ich sehe sie von hier aus. Ähm, wir sind nicht im Kreativmodus. Das ist eine sehr schlechte Idee, was ich hier mache. Komm. Okay. Aber schön, schöne Aussicht von hier. sehr schön. Ich denke mal, das durchtlang. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, zwei, zack, zack, er steht. Man sieht so fett, in welcher Höhlen wir gewesen waren, das leuchtet bis hierher. Na? Okay. Ah. Es brauchte mehrere Anläufe, dass das Ding zündet. Ich habe irgendwie Angst, dass wir hier abstürzen, wenn ich da nicht irgendwas mache. Okay. So. Dann passiert wenigstens nichts, wenn wir mal raus rennen. Zack. Auch hier machen wir mal so eine Art Mauer hin. Bestens sowas hier. Das heißt Mauer, einfach noch was drumherum. Dann gehen wir mal rein und gucken, wo wir da landen. Oh, der hier ist super cool. Der hier hat so viel. So doof. Das nervt jetzt ein wenig, dass wir tatsächlich nur hier landen. So, der ist auch hinüber. So. 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 Und dann finden wir einfach hier ein bisschen den Lava-Strom wegmachen. Wir gehen uns hier in sicheren Pfad durchputteln, geht das eigentlich auch, ne, aber ich würde gehen woanders denken, kommt, wenn's...